Titanklappmesser bilden eine sehr beliebte Messergattung, nicht nur weil das Griffmaterial leicht und robust ist, sondern auch, weil es dem Messer eine zeitlos edle Anmutung verleiht. Der Titanfolder von Herberts punktet darüber hinaus mit einem Flipper. Doch zunächst werfen wir einen Blick auf die Zahlen. Das geöffnete Klappmesser hat eine Gesamtlänge von 21,5 cm. Davon entfallen 12,2 cm auf den Griff, die Klinge ist 9,3 cm lang. Die Klingenstärke beträgt 3,5 Millimeter. Trotz seiner stattlichen Größe wiegt das Messer nur knapp über 100 Gramm. Der Griff besteht aus zwei Titanschalen und einem blau anodisierten Backspacer. Dieses Distanzstück ist relativ kurz gehalten, sodass wir durchaus von einer offenen Griffkonstruktion sprechen können. Auf den Innenseiten der Schalen befinden sich große Ausfräsungen, die das Gewicht reduzieren. Eine Aussparung im Backspacer und ein kleiner Bolzen zwischen den Schalen ermöglichen die Befestigung eines Fangriemens oder einer Ziehhilfe. Die Griffschalen sind an den Rändern angeschrägt, die vordere Griffschale ist nach innen gewölbt. Eine ganz feine Oberflächenstrukturierung vermittelt einen angenehmen Grip. Überhaupt liegt das Messer sehr komfortabel in der Hand und ist auch für größere Hände geeignet. Ein ebenfalls blau anodisierter Clip rundet die Griffausstattung ab. Der schicke Titan Folder ist mit einem Framelock ausgestattet. Ein Teil der hinteren Griffschale dient dabei als Sperrfeder, die sich unter die Klingenwurzel schiebt. Um die direkte Reibung zwischen dem Stahl der Klingenwurzel und dem Titan der Sperrfeder zu vermeiden, ist am Ende der Feder eine kleine Edelstahleinlage montiert. Diese dient als Kontaktfläche zur Klingenwurzel. Die Arretierung rastet verlässlich ein und verriegelt die Klinge absolut spielfrei. Dank halbmondförmiger Aussparung im Griff lässt sich der Framelock auch wieder bequem lösen. Ein Detent Ball hemmt die eingeklappte Klinge. Dank Kugellager lässt sich die Klinge mit Hilfe des Flippers ohne großen Kraftaufwand aus dem Griff katapultieren. Und wie jedes Flipper-Messer weckt auch dieser Herberts Folder den Spieltrieb. Im geöffneten Zustand übernimmt die Flipper-Nase die Funktion eines Fingerschutzes. Auf dem Klingenrücken findet sich eine etwa 2 cm lange Riffelung, die je nach Griffhaltung als Auflagefläche für Daumen oder Zeigefinger dient. Die Klinge ist aus dem rostbeständigen 440er Stahl gefertigt und mit einem schneidfreudigen Flachschliff versehen. Der Titan Folder überzeugt mit schnörkelloser Formgebung, hochwertigen Materialien und zadelloser Verarbeitung.